So, wir gucken uns jetzt mal ein paar Icons an, die rauskommen, eventuell. Ist aber noch nicht hundertprozentig bestätigt, denke ich mal. Aber ich habe auch was von Gerd Müller gehört. Also die für nächstes Jahr. Also wer ist denn Jair Jair Zinho? Noch nie gehört in meinem Leben. Ziko kennt man. Müller? Boah, Müller wäre krass, Digga. Das wäre endlich mal eine deutsche Icon, die richtig playable ist. Also wirklich so für vorne. Wir haben mal Matthäus und so, der ist auch stark. Aber Müller wäre krass. Batis Duta. Rudi Völler. Rudi Völler. Krass. Ja, wenn die kommen, wäre schon nice. Und das sind auch noch so ein paar Hero-Karten, die eventuell kommen. Denn wir wissen ja, es kommt auf jeden Fall Save Jaya Touré. Das wird richtig geil. Peter Crouch wird kommen. Dann kommt die Serie auch wieder. Komm mal runter, Peter. Cavaglio, Alter. Auch so eine Legende, der Typ. Ey, habe ich schon damals Spielen gesehen. Shida kennt man auch noch. Brolin. Al-Ovairan. Ja. Ja, die müssen jetzt nicht unbedingt sein. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Vor allem die Icons. Da müssen neue, geile Icons kommen. Save.